was sind und dann schau mal welchen wir nehmen ein paar Punkte hätten wir ja zu vergeben und da kommen die ersten Opfer die wir irgendwie nie kriegen also wir stellen uns wirklich, also ich wissen ob ich mich wirklich zu dem nicht anstelle oder... das ist nett ich bin nämlich die Freunde zum Einladen das ist auch schön da nehme ich mal eine Taschenlampe, das ist aber nicht nett Taschenlampe ist ganz gemein habe ich gemerkt die ist wirklich hell na was machen sie noch einer ist gegangen mein du kannst als Überlebender kannst du ja in Ruhe chatten aber natürlich sie das der Mörder nicht so da haben wir wieder vier Leute und mein Rechner fährt schon wieder hoch hier ich hoffe ich muss immer wieder gucken dass man das in der Aufnahme hört wenn da die Lüfter hochgehen aber da habe ich im Moment auch noch keine andere Idee so was ist los hier meine kleinen Opfer genau okay die letzte die reine ist auch bereit jetzt fällt da noch einer da geht wieder Mr. Taschenlampe geht wieder das ist schön ok Goldbin Farm oder Hettenfield na mal schauen erstmal wieder ein Ladebildschirm in der Hoffnung dass dann nicht so lange dauert die letzte dr der 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 aber jetzt kann ich ihnen sagen lasst mich arzt ich bin du ich bin die Goldbin Farm na da mal schauen M2 Teleportation hm ich hab keine Ahnung wie das geht oder inwieweit man das kontrollieren kann wir können das ja mal testen ah das ist dann die Cool-Town-Phase wir können uns also ganz schnell mal irgendwo hin teleportieren ich glaube auch durch Wände und alles hin durch teleportieren aber immer bloß so geradeaus jetzt würde ich jetzt da nochmal testen was ich wusste halt na da oben drin da oben drin muss man dann irgendwo rein teleportieren hm ach so das Teleportieren ist ganz witzig hier irgendwie komme ich aber nur an Generatoren wo nichts los ist hier war jemand und ist gleich wieder gegangen da oben wird doch jemand aber natürlich gleich abgehauen weil er uns gehört hat und ich glaube wir werden hier niemanden so richtig kriegen weil wir einfach zu langsam sind und die uns vorher schon hören und natürlich einen abgang machen und natürlich einen abgang machen aber bringt uns jetzt im Moment noch nicht viel alles klar da ist der Erste fertig Schweine und da müsste der im Haus jetzt fertig sein genau und ich sehe niemanden das ist doch zum verrückt werden 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 warum sehe ich denn niemanden diese etwas das ist doch Ich bin darin jetzt nicht so gut. Oh, wir haben sogar mal jemanden getroffen. Ich wollte noch schnell einen Generator verdeckt machen. Das war jetzt doof. Was ist das in der Romanen? Oh nee, was ist das in der Welt? Oh nein. Da ist die Leute. Das ist die Leute. Das ist die Leute. Das wäre nicht so gut. Oh, das ist das. Das ist die Leute. Irgendwie will keiner mit mir spielen. Irgendwie hier hinten ist auch niemand. Und wenn doch verstecken sie sich ziemlich gut. Okay. Das war ein Versuch wert. War jetzt nicht der Beste. Schon mal alles ein bisschen Putt machen hier. Alles klar. Da haben wir es geschafft. Und sind damit durch. Naja. Also Nürz muss man wahrscheinlich wirklich ein bisschen üben. Die ist gar nicht so einfach. Was ist das? Das war's für heute. Lass mal noch ein bisschen rumbasteln, denn Marti, was, Marta, Kito. Kann das ruhig ja etwas rumbasteln. Oh, das ist doch abgegangen. Aber ich habe noch ein paar Punkte auf Überlebenden gefunden und Jagen gekriegt. Also ja, Nurse ist ganz witzig mit diesen Teleportationen, auch dass man zweimal hintereinander machen kann. Aber ich glaube, das muss man wirklich, wirklich üben. Und das war ja unsere Glanzleistung, ja. Ich glaube, wir waren besser als Kettensägen, Heini. Aber das war es dann wohl schon. Man, Max. Das ist, glaube ich, mit am einfachsten, beziehungsweise unser kleiner Michael, oder wie hier heißt, Gestaltwandler, ist mit am einfachsten, um mit zu bedienen. Der Rest, da, ich glaube, da braucht man auch wirklich die nötigen Perks dazu, damit das alles ein bisschen besser läuft. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr euch mal wieder reingeschaut habt. Und ich werde vielleicht jetzt noch ein bisschen rumspielen. Mal gucken, mit welchen ich mich am besten einspiele. Und dann kriegen wir beim nächsten Mal vielleicht mal ein paar mehr, die zum Opfer fallen. Und damit erstmal, ciao, bis zum nächsten Mal.